Nur zwei Prozent der Menschen können dieses Rätsel lösen. Bist du bereit, das Rätsel über den Kompass von Eldoria zu lösen? In einer alten Bibliothek steht ein verstaubter Bücherregal, das ein einziges Buch namens »Das Geheimnis von Eldoria« beinhaltet. Die Legende besagt, dass dieses Buch einen Hinweis zu einem verborgenen Schatz enthält. Als du das Buch öffnest, siehst du nur einen Satz, der in der Mitte der sonst leeren Seite geschrieben steht. Der Anfang ist das Ende, aber das Ende ist nicht der Anfang. In der Ecke der Bibliothek befindet sich ein alter Kompass mit den vier Himmelsrichtungen. Nur eine Richtung wird dich zum Schatz führen. Welche ist es? Schreibe mir deine Antwort in die Kommentare und folge gerne. Ich veröffentliche täglich neue Rätsel. Hier noch ein Hinweis. Manchmal muss man auf den letzten Punkt achten, um den richtigen Weg zu finden.